Wir fahren gemeinsam nach Berlin, weil Digitalisierung, Transformation, viel verändert sich. Was ist passiert? Rente mit 67. Ich war schon einmal draußen, ich war schon in Bonn, ich war in Berlin und wir müssen wieder nach Berlin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, fahrt mit uns mit. Nur die Menge bringt uns ans Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020